Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Beyond the Souls. Nach dem harten Cut geht es auch jetzt sofort weiter und wir sehen, was jetzt noch passiert. Nathen ist jetzt komplett durchgedreht. Das heißt, zwar im Brandfall nicht den Aufzug benutzen, aber wie ist es bei einem Kreaturenfall, wenn man das so nennen kann. Halleluja. Halleluja. Sie haben das auch ein bisschen verdient. Er hat das ein bisschen verdient. Meiner Meinung nach. Na komm. Ich möchte hier irgendwas tun. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ihn manuell wahrscheinlich abschalten. Beeilung. Die Zeit ist knapp. Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreiten. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir hatten. Kaum, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, der lasst das Militär bezahlen für den Mist. Jodie, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ich wollte schon immer einen Helm. Hm. Hm. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das ist ja beruhigend. Das ist wirklich sehr beruhigend. Na ja, gut. Was soll man machen, ne? Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Und jetzt kommt wieder unsere CIA-Ausbildung. Ist ja gut, ja. Joanie, du darfst nicht zu nah an sie rankommen. Ja. Ja, wo soll ich denn sonst hin? Bin ich so nah an sie dran. Anders geht's ja nicht. Kurz warten. Komm. Rutsch. Rutsch. Ja, brav. Wir müssen kurz warten. Ja. 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 Wir lassen Cole jetzt nicht zurück. Und wenn's das uns auch umbringt. Dann sterben wir ihn lieber gemeinsam, statt da jemanden zurückzulassen, der uns schon als klein aufgesehen hat. Und uns seit klein auf begleitet. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, nein, nein. Niemals. Ich lass dich nicht hier. Du kannst ja wenigstens noch mal probieren. Mit Eiden. Du kannst ja wenigstens noch mal probieren. Dann hast du halt zu nominiert. Eiden hat getan, was er konnte. Das jetztHS Otto. Heilige Scheiße Heilige Scheiße Tja, ich hoffe, dass Cole es noch überlebt Nachdem wir die Beta-Sonde kaputt gemacht haben Sie kreisen uns ein Ich weiß Na, was wollen wir machen? Ich hoffe, dass... Wie gesagt, dass Cole oder irgendein anderer, der und der Jodie mag Der Jodie mag nicht jetzt zu diesen verlorenen Seelen gehört Schon ist Ryan weg Oh nein Ähm... Schau doch hin Das hast du getan Du hast alles zerstört, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst Ich vermisse sie Ich vermisse sie so sehr Ähm... Ja, lass uns... Wehe, du erschießt sie Erschießt lieber dich vorher Verrückt geworden Tut mir leid Es muss so sein Es ist besser für dich Sonst würdest du weiterhin irgendjemanden Terrorisieren Da bist du wenigstens Wieder zurück Bei ihm Ich hab mich vermisst Ich hab mich so vermisst Das ist der wahre Nächte Das ist nicht derjenige Der viel CIA gearbeitet hat Was wäre eure Entscheidung gewesen? Das frage ich mich gerade Hättet ihr ihn umgebracht Oder Wärt ihr lieber drauf gegangen? Oder Allgemein Für was hättet ihr euch In diesem Spiel entschieden? Das ist Das wäre mal extrem interessant Schreibt es doch mal in die Kommentare Ach du Alter Komm Joji, ich schaff's das Ah fuck, 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 fuck Ich hab mich da drückt Ich glaub das Spiel verzeiht keine Fehler Was ist los? Nein Dämmungsfelder sind kaputt Ach Was? Ganz sicher? Check die Bedienung Ich sag doch, es funktioniert nicht Fuck Fuck, 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 ding da Mir muss was einfallen Fuck er stirbt dann wenigstens seinem helden tod er hat seine frau oder wie immer freundin schützt beziehungsweise sich für seine geliebte geopfert das ist meiner meinung nach ein wirklicher heldentod in einem in einem genau dasselbe zu spät Wir sind fast da. Oh, sie haben uns den Dings untergerissen. Achso, nein, er lebt jetzt alle Schritte durch. Also ihr komplettes Leben lassen uns passieren. Oh, oh. Oh, oh. Ganz ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Meine Sohn. Eine Junge. Verdammt noch mal, was ist denn hier los? Ein Zwilling. Er wurde leider von der Nadel schnühe verdrosselt. Mein Sohn. Ich will mein Sohn. Man, dass sie nicht Aiden, mein Zwilling, mein Bruder, totgeboren. Das würdest du einiges erklären, wieso er? Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Eine richtige Geschwisterliebe, eine Hassliebe. Und wie das heute geht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich mache mal einen kleinen Cliffhanger. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann an, was einmal das linke ist und einmal das rechte. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil das ist wirklich so ein Gänsehautmoment, finde ich. Also vielleicht tue ich da so überreagieren. Okay, überreagieren ist jetzt auch das falsche Wort. Aber ich hoffe, man weiß, was ich meine oder was ich sagen will. Und naja, wie gesagt, wir hören und sehen uns dann bei der nächsten Folge und dann wirklich zur finalen Folge von Beyond the Souls. Ich dachte, diesmal kommen wir schneller durch, aber hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Beyond the Souls. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.